Und jetzt trennen sie sich. Unglaublich. Es geht nicht. Da geht der erste Fallschirm auf, da geht der zweite auf. Und jetzt geht's in Richtung sicheren Boden, die Witterungen, ruhig im Moment beinahe kein Muster zu spüren. Und jetzt geht's dann in Richtung Himmel. Wenn ich die Smartphones zählen musste, die im Moment in Richtung Himmel gerichtet sind, dann würde ich nicht allzu weit kommen. Denn das Gefühl dieser Einzelne ist im Moment auf die beiden Herren gerichtet. Und somit wird's dann gezeigt, dass sie die Smartphones vielleicht wegstecken und dann auch die Hände frei haben zum Applaudieren. Und das werden wir jetzt dann brauchen, wenn diese zwei Experten hier herunterkommen. Der eine landet am Totdach, so schaut's im Moment aus. Keine Sorge, die haben alles im Griff. Und jetzt schrauben sie sich da herein auf den Notzeitplatz. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Marco Fuerstmann, Wartungstuhl. Schmerzen 19! Hört ihr uns jetzt, Hört ihr uns. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Here Ich lass' nur den Mal wiederhören. Das Ziel, das Ziel an heutigen Tagen ist nicht Montecarlo, aber das langfristige Ziel ist Montecarlo. Aber nur der Gatti lässt sich bei dem Entsprechung sagen.